This is Fillmore, Folge 20, Fanmania. Let's go. Und jetzt, Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel, Fanmania. Erster Akt, die große Sabotage. Ich bin gespannt. Hallo YouTube, ja das war natürlich abzusehen, dass ihr jetzt hier Hallo YouTube schreibt, aber okay, kann ich gerade so verzeihen. Darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Es wird nun Zeit für die große Enthüllung, Freunde. Ja, ja, quatsch nicht so viel, leg los. Ehre genommen. Bleibt aber auch nichts erspart. Wer hat das gerade gesagt? Trace, du solltest sie ignorieren. Ja, du hast völlig recht. Meine sehr... Das ist immer so dieser Klassiker, wie der Leute, die den unterstützen, immer sagen, einfach ignorieren, Bro. Bro, ignorier das einfach. Geehrten Damen und Herren, ich bin ein Vampirita-Fan seit der ersten Stunde. Durch Vampirita habe ich jede Menge neue Freunde gefunden, inklusive meiner besten Freundin Terry. Wir befinden uns kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Vampirita-Buches. Der 23. Teil wird in knapp zwei Wochen erhältlich sein. Stellt euch mal vor, ihr sitzt so in der Schule in eurer Cafeteria oder Mensa, seid so ganz normal am Essen und plötzlich kommen so random zwei Mädels, die ihr noch nie vorher gesehen habt, reden über ihre Lieblingsserie, ihre Lieblingsbücherreihe. Oh mein Gott, Leute, der nächste Teil von Game of Thrones, der nächste Teil von A Song of Ice and Fire kommt bald. Und dann haben die da so eine Decke und haben irgendwie so eine Pappmaché-Denkmal gebaut und tragen entsprechende Kleidung. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Buch ein absoluter... Ja, genau so würde ich auch gucken. Fühle ich. Ich fühle hier am meisten den Blick von der in der Mitte. Den Blick fühle ich hier am meisten. Was, Bruder? Und als ob das nicht schon aufregend genug wäre, ist der Verlag von Vampirita so nett den zahlreichen Fans anzubieten, dass sie in der nächsten Ausgabe eine Rolle spielen. Damit wird für uns alle ein großer Traum wahr werden. Eher ein Albtraum, oder? Fand sie das lustig? Und genau aus diesem Grund haben wir über sechs Monate die aufwendige Kunst der Glasbläserei studiert. Nur um euch diese tolle Vampirita-Statue aus feinem Glas präsentieren zu können. Die machen seit sechs Monaten erst Glasbläserei und haben schon eine ganze Statue gebaut. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Bist du soweit? Aber natürlich! Heißgeliebte Fans! Hier kommt sie nun endlich! Unsere Vampirita als Vampir-Astronautin! Das Kunstwerk nennt sich die Vampirita, ein Astronaut auf Reisen! Okay, also die Serie sorgt dafür, dass wir jetzt erstmal denken, sie wäre Sass, aber eigentlich ist sie die Gute und sie ist nur verletzt. Sie war mal, okay, meine Prediction, sie war selbst auch mal Vampirita-Fan, aber sie hat aus privaten Gründen irgendwas, wahrscheinlich was Zwischenmenschliches, hat sie diesem ganzen Fandom den Rücken gekehrt und am Ende wird sie helfen, dass der Fall gelöst wird. Sie wird noch eine Schlüsselrolle spielen beim Lösen des Falls und ich bin ganz deiner Meinung, dadurch, dass Dino die beste Freundin ist, Sass, auf jeden Fall. Entweder die beste Freundin oder sogar das Mädel, das gerade präsentiert hat, höchstpersönlich hat ihre eigene Statue verschändelt. Ahahahahaha! 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 Ah! Nein! Nicht doch! Oh weia! Und das soll ein Vampir sein? Also da hat jetzt irgendjemand einfach random Glasbläserei gelernt und hat deren Figur umgeblasen. Als wäre das so voll easy machbar, ne? X-Metal-School-Security-Team sofort stehen bleiben! Na warte! Oha! Oha! Oha, Freunde! Eins in den Chat, wer früher in der Schule oder wo auch immer, auch immer nach ganz oben geklettert ist, sich obendrauf gesetzt hat und sich wie der King gefühlt hat. Aber das war maximal so hoch, also bisschen höher als man selbst vielleicht. Aber doch nicht so hoch, Digga. Das ist einfach so ein 5 Meter Stuhlstapel. Mattenwagen-Vibes. Ja, ja, fühle ich auch. Mattenwagen. Und dann immer der Sportlehrer. Runter dann, das dürfte nicht, Verletzungsgefahr. Aber man hat es trotzdem immer gemacht. Alter, Fillmore ist overpowered. Er ist hier begraben von 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20. So mindestens 20 Stühle, die wir hier jetzt so halbwegs erkennen können. Und er macht einfach so BAM! Und alle fliegen weg wie ein Superheld, Alter. Verdammt. Fillmore, es gibt ein Problem in der Cafeteria. Könnt ihr kommen? Auf gar keinen Fall. Ende der Folge. Meinetwegen kannst du es behalten. Wirklich? Aber ich will dir ja nichts wegnehmen. Ist schon gut. Mein Cousin arbeitet bei dem Verlag. Ich habe genug davon. Okay, sie ist doch nicht Sass. Ich finde sie klingt zu freundlich. Die haben so eine ganz nette Synchronsprecherin und die ist jetzt hier so lieb. Wann hast du die Statue zuletzt gesehen? Gestern Nachmittag. Irgendjemand muss sie eingeschmolzen haben, um sie dann neu zu gießen. Du selbst, denn kein anderer Mensch auf dieser Schule kann einfach Glasbläserei. Und du bist dir sicher, dass es das Mädchen mit den pinken Haaren war, ja? Hundertprozentig. Nur sie ist dazu fähig, sowas Schlimmes zu tun. Ja, sie hat ihre eigene Statue verschandelt, um dieses Mädel da hops zu nehmen mit dem was pinken Haaren, lila Haaren. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat für eine Farbe. Ich bin farbenblind. Für mich waren die blau. Leider bin ich kein Experte, was Fantasy und Horror angeht. Man muss wirklich kein Experte sein, um zu erkennen, dass das Citizenfang der Wehrwolf-Senator ist. Na gut. Na gut. Tracy ist die Vizepräsidentin des leidigen Citizenfang-Fan-Clubs. Die Fans von denen sind gemeingefährlich, doof, dämlich, komplett hohl. Ein Wehrwolf-Senator, das ist doch wirklich total beschränkt. Die Medien würden ihnen Nullkommanichts enttarnen. Und außerdem tagt der Kongress auch in Vollmondnächten, klar? Sie ist genau in dem Moment abgehauen, als wir die Statue enthüllt haben. Wirklich, hört sich das so an, wenn wir Comic-Fans oder Comic-Film-Fans diskutieren? Also im Prinzip haben die doch gerade einfach nur alle Fandoms komplett hops genommen, oder? Wenn Leute so miteinander diskutieren, Anakin in Full Potential gegen Luke in Full Potential. Anakin wird den ultra rasieren. Anakin nimmt den einfach hops mit geschlossenen Augen, Alter. Hört sich das so an? Ja, ne? Sad. Wenn das kein Beweis dafür ist, dass sie schuldig ist, fällt mir dazu auch nichts mehr ein. Hey, Filmo, sieh dir das mal an. Aber jetzt ist sie plötzlich doch so sass. Die wirkte gerade so lieb und freundlich. Mann, spiel dich mit meinen Gefühlen, Disney. Was hast du da? Ich schätze, es ist ein Haar. Wir sollten es lieber analysieren lassen. Auf jeden Fall. Ich werd mal sehen, ob ich Trace finden kann. Wenn der Filmo kurz zum Klecks wird. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Was, Bruder? Ja! Genau. Ossifer, ich lach mich immer noch über die Statue kaputt. Was willst du? Das heißt Officer. Was ist denn so lustig? Es gehört zu meiner Lieblingsbeschäftigung, Vampirita-Fans zu ärgern und Vampire vertragen kein Tageslicht. Das ist ja wohl allgemein bekannt und da erfinden die Dödel einen Vampir-Astronaut im All. Hallo? Und was ist bitte mit der Sonne? Okay. So hören wir uns an. Hahahaha. Ach. Du klingst genauso wie die Vampirita-Fans. Ihr habt vermutlich mehr gemeinsam als du denkst. Sag sowas nie wieder. Die sind krank. Wo warst du, als das Verbrechen stattgefunden hat? Wir hatten ne Party in unserem Fanclub. Eine Bungee-Jumping-Party. Ich hab 15 Zeugen und ein Video als Andenken zum Schnäppchenjägerpreis von 19,99. Wie? Jetzt haben mehrere was geschrieben über ihre Haare? Hat sich die Haarfarbe grad verändert oder wie? Also wie gesagt, ich seh da keinen Unterschied. Für mich sind die jetzt blau und die waren vorhin auch blau. Äh, keine Ahnung. Okay. Also ein wasserdichtes Alibi. Nochmals vielen Dank fürs Mitmachen, Ossifer. Zum Abschied gibt's noch ein kleines Mitbringsel für zuhause. Warum ist sie denn so lost und kann das Wort Officer nicht aussprechen? Bis bald! Waren alle Mitglieder des Fanclubs bei der Party? Nein. Einer hat gefehlt. TQ hasst Bungee-Jumping. Er hat ne demolierte Bandscheibe. Gut. Welche Aufgabe hat dieser TQ in eurem Fanclub? Er ist... unser Präsident. TQ Schrader? Ich... Ah, ich liebe das. Einfach diese so komplett übertriebenen dargestellten Psycho-Charaktere, die alle so in ihrer Welt sind und so ihren Film schieben. Ich liebe das einfach. Ah, aber krass, die machen einfach random Bungee-Jumping. Ist Bungee-Jumping nicht ab 18? Warum dürfen das irgendwelche Middle-School-Schüler machen? Ich hab mit der Sabotage überhaupt nichts zu tun. Mann, Mama, ich wollt nigiri. Oh. Ich hab doch aber gar nichts von Sabotage gesagt, oder? Bitte erspar mir die albernen Spiele. Jeder weiß, was gestern passiert ist und alle glauben, dass ich es war. Du mit eingeschlossen. Aber gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass ich der Täter bin? Digga, ich krieg grad so Hunger, ne? Ich hab jetzt plötzlich so Bock auf Sushi bekommen. Es gibt noch gar keinen Täter. Mann, ist ja das appetitlich! Das sieht so lecker aus! Bisher. Ich wollte dir eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Ich war zuhause und hab gelesen. Danach war ich ne Runde spazieren. Meine Eltern können das sogar bezeugen. Sonst noch ne Frage? Warum haben eigentlich alle so Standard-Fras, aber er hat einfach so ne fette Sushi-Platte, wenn du die in einem Sushi-Restaurant holen würdest, locker 20, 30 Euro kosten würde? Na prima, dann mach mal einen Abflug. Wie du ja weißt, wird Sushi verdammt schnell schlecht. Alles klar, als ob das so nach drei Minuten plötzlich schlecht wird. Klar, bitte halte dich die nächsten Tage bereit. Es kann sein, dass ich noch ein paar Fragen hab. Versprochen ist versprochen. Ich kenn dich nicht. Woher soll ich wissen, dass du dein Versprechen auch hältst? Weil ich bisher noch nie ein Versprechen gebrochen hab. Aber er kennt dich nicht. Was bringt jetzt Film und diese Aussage? Er gibt gar keinen Sinn. Warum guckst du sowas? Weil es die beste Serie der Welt ist. Ganz einfach. Und wer kann das schon von sich behaupten? Ja, das ist dein Haar. Ein weißes. Lass mich raten, es stammt von einem Wehrwolf. Oh, sind wir heute witzig? Ich würde eher sagen, es stammt von einem Menschen. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Leider nicht. Wir müssen unbedingt mehr über diese Glasstatue rausfinden. Nein, geh nicht in... Sind wir heute witzig? Weißt du, 20 Folgen. Fillmore haut die ganze Zeit diese Sprüche raus. Ein nach dem anderen, ne? Nach 20 Folgen spricht ihm mal wer drauf an. Oh, haben wir heute einen Klo gefrühstückt? In die Höhle. Vampirita, das ist deine Falle. Oh, Farrell. Was ist denn mit dir auf einmal los? Als ob man so ein Buch liest und dann so ganz laut schreit. Nein, mach das nicht! Du liest doch nur Bücher, die von Dinosauriern oder U-Booten handeln. Oder meinetwegen auch von Dinosauriern in U-Booten. Fühle ich, würde ich lesen. Terry hat mir die Bücher geschenkt. Ihr Cousin arbeitet beim Verlag, deswegen bekommt sie sie gratis. Fillmore! Ich habe hier eine Rechnung vom Fachbereich Kunst über zehn Plastikstühle, acht Holzstaffeleien, Pinsel mit Hundehaaren und nen Speer. Früher waren die Pinsel aus meinem Haupthaar. Hehehe, deine Witze. Sie waren auch schon mal besser. Hey, verstehe ich überhaupt nicht. Fillmore haut übels raus in der Folge. Ich bin kein Goldesel. Paulson macht mir die Hölle heiß wegen des Budgets. Wenn du nochmal was kaputt machst, kann es glatt sein, dass ich dich suspendieren lasse. Ist das klar? Ja, sogar glasklar. Warum ist das in gefühlt jeder Folge immer die Problematik, Fillmore Sachen kaputt macht und dass das Budget dann nicht ausreicht und dann, ich suspendiere dich, wenn du nochmal was kaputt machst. Dann macht er was kaputt, aber er löst den Fall und dann, okay, wir lassen dich doch drinnen. Jedes Mal! Ist das nicht irgendwann mal ausgelutscht? Hm, kristallisierter Sand. Oh ja, Glas wird aus wunderbarem geschmolzenem, kristallisiertem Sand gefertigt. Als ob so ein Glasbläser sich so eine Glasfigur anguckt und sagt, ja, kristallisierter Sand, daraus wird Glas hergestellt. Mann! Okay, stellt euch vor, ihr geht in so eine Zoohandlung und ihr wollt so ein Aquarium kaufen, ja, und dieser Verkäufer steht da so und sagt, ja, ja, Wasser. Fische leben nämlich im Wasser, die brauchen nämlich Wasser zum Leben, die würden nämlich sonst ersticken. Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr das gehört? Das ist der tiefe, brummende Bass von Pressglas. Oh, habt ihr das gehört? Der tiefe, brummende Bass. Ja, genau. Geblasenes Glas ergibt einen viel helleren Ton. Es klingt wie das Rauschen von himmlischen Engelsflügeln. Hm. Dieses Glas ist definitiv in Form gegossen worden. Es war keine Glaspresse. Okay, das ist schon mal ein sehr wichtiger Hinweis für den weiteren Verlauf dieser Folge. An der Oberfläche erkennt man, dass eine Gussform für Metalle verwendet wurde oder möglicherweise... Sinn. Lass uns... Endlich ist der Typ jetzt mal hier Experte in seinem Fachbereich und sagt was Sinnvolles. Das war der einzig sinnvolle Hinweis, den er jetzt in diesem ganzen Dialog hier gebracht hat. Mal in der Metall AG nachgucken, ob wir da sowas finden. Wenn ihr wollt, könnt ihr gern die Abkürzung durch den Glasfigurenladen nehmen. Wenn ihr einmal um den Block lauft, dauert das doch viel länger. Danke sehr. Das sagt er nicht random. So eine random Information sagt er nicht einfach so. Das wird noch wichtig werden, Freunde. Oh, einen kleinen Moment noch. Ich muss euch warnen. Als ob man sich da so vorstellt. Die Figuren sind extrem hochempfindlich und außerdem sehr kostspielig. Ihr müsst also verdammt vorsichtig sein. Ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht... Okay. Fillmore wird alles kaputt machen und Vallejo wird ihn rausschmeißen. Es wird alles kaputt gehen. Siehst du hier einen Ausgang? Nein. Ich hab noch nie zuvor so viele Einhörner gesehen. Vielleicht weiß... Ah, das war's komplett. Erbescheid. Entschuldige bitte. Weißt du zufällig, wie wir hier rauskommen? Natürlich. Der Hoodie wirft so einen Schatten, dass man nur eine Silhouette vom Kopf sieht. Matthias, die Cappy macht das nämlich auch. Seht ihr den Schatten auf meinen Augen? Jetzt erkennt man nämlich nicht mehr, dass ich ich bin. Matthias, bist du's? Nein. Oha, wer bist du dann? Du bist doch Matthias! Los, hinterher! Wenn du nochmal was kaputt machst, kann es glatt sein, dass... Dass sie das nochmal extra so als Voice-Over in seinem Kopf mit einbauen. Dass wir das auch ja nicht vergessen, dass Vallejo das gerade gesagt hat. Sich dich suspendieren lassen! Zweiter Akt. Die Scherben der Gerechtigkeit. So ein Mist! Schnell, fang sie! Fang die doch selber! Wenn er genug Zeit hatte, ihr zu sagen, fang sie, hätte er doch auch genug Zeit gehabt, einfach hinzugehen und es zu fangen, oder? Das war klasse! Jahrelanges Training. Da lang! Sackgasse, Kumpel! Gut, dass da random diese Bubble-Rap-Folie einfach rumsteht. Die wird er gleich benutzen, um den einzuwickeln. Ingrid! Ah, er benutzt sie, damit nichts kaputt geht, okay. Fühl ich. Mach's schon, Ingrid! Hilf mir! Smart! Und eine Sache geht kaputt. Das war aber auch nicht schlecht. Das Wichtigste ist uns leider durch die Finger geflutscht. Fillmore. Ich glaube, er hat was verloren. Spiro, dem Clown, ist heute überhaupt nicht zum Lachen. Er hat viele Probleme, die ihm seit Tagen schwer zu schaffen machen. Station der Trauer. Ein Selbsthilfebuch. Sogar aus unserer Bücherei. Okay. Trauer. Wer ist denn gestorben? Oder warum ein Verlust? Worüber könnte man jetzt trauern an der Stelle? Hm. Hier, nimm du's erstmal. Ich werde in der Metall AG nachsehen, ob ich irgendwo die Form für die Statue finde. Hm. Ich so. Hm. Hm. Der Typ so. Hm. Hm. Dieses Buch wurde vor vier Monaten ausgeliehen und nicht zurückgegeben. Das ist sehr merkwürdig. Der Name der Person, die es sich zuletzt ausgeliehen hat, ist gelöscht worden. Somit kann ich leider nicht mehr feststellen, wer es war. Als ob man dann einfach so das ganze Bibliothekssystem der Schule hackt. Schade. Kennen Sie diese Person? Na klar, das ist Trace. Sie kommt regelmäßig in die Bücherei. Haha. Sie liest viel über Perücken und Haarteile. Tori. Sie liest nur Bücher aus der Vampirita-Reihe. Sie ist nahezu besessen davon, aber niedlich. Wo Tori ist, ist auch Terry. Sie liebt scheußliche Kreaturen, die aus Gummi und Haaren bestehen. Tori und Terry. Mhm. So eine Art Menschenfresser-Puppen. Ich werde nie verstehen, was sie daran fasziniert. Aber keine Vampire. Hm. TQ Schrader. Der hat an meinem tollen Seminar Bücherei für Anfänger teilgenommen. Glaub mir, das wird mal ein ganz hervorragender Bibliothekar. Sollten jetzt hier unsere Alarmglocken läuten, dass der Bibliothekar jeden Schüler in- und auswendig weiß und genau weiß, was der so für Bücher liest und jedes Detail weiß. Schrader will Bibliothekar werden? Oh ja. Er hat sich sogar eine Verbindung per Computer zu unserer Bücherei gebastelt. Dann... Der Bibliothe... Der Bibliothekar ultimativ lost. Er so... Oh, der Eintrag wurde gelöscht. Ich weiß nicht, wer es ausgeliehen hat. Komisch. Das sollte jetzt eigentlich Alarmglocken schlagen lassen bei mir, aber ich reagiere darauf nicht. 20 Sekunden später. Ja, der Typ hat eine Computer-Connection zu unserem System. Er ist einfach der düngste Bibliothekar, den die Schule jemals hat. Könnte er sich von zu Hause aus in die Datenbank der Bücherei eingeloggt haben? Ja, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Firma, hier ist Ingrid. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Sieht aus, als sei TQ ein Fan der Metall AG. Diese unglaubliche Form stammt von ihm höchstpersönlich. Ich schlag vor, dass wir uns mal ein bisschen mit ihm unterhalten. TQ Schrader, wir haben Grund zur Annahme, dass du die Vampiriter-Statue sabotiert. Okay. Jetzt ist die wichtigste Frage aller Fragen. Was hat er diesmal zu essen dabei? Ich sehe hier Baguettes. Kann das sein? Diesmal ein französisches Frühstück. Was glaubt ihr? Was ist da noch drin? Croissants? Oder... Oder was ist da drin? Käse mit Butter. Mhm. Also, so ein französischer Käse. Brezeln. Okay. Ich bin gespannt. Perry Hottie. Dankeschön, für's verschenkt. Deshalb. Küsschen aufs Lüsschen. Na gut, dann gucken wir mal, was er zu essen hat. Wir müssen dich vorerst mitnehmen. Da ist mir irgendwas... Er hat nen ganzen Korb dabei. Mit komplett einer ausgestatteten Küche. Und schmiert sich seine Brote frisch in der Schule. Digga, er ist einfach overpowered. Stell dir vor, du hast so einen Drip. Stell dir vor, du bist so cool. Mama hat dir keine Brote geschmiert. Nein, du hast nen ganzen Korb mit Lebensmitteln dabei. Und entscheidest spontan in der Mensa, was müsste ich denn heute essen? Ja, ich glaub, ich schmier mir jetzt hier ein Brot. Mit Erdnussbutter. Ehre, Alter. Er ist der Heftigste. Jeder wär gerne er. Real talk. Ah nein, dieses Outfit. Digga. Der Neid in mir gerade. Puh. Digga, sieht dieses Sandwich gut aus. Oh, ich hab Hunger. Selbstverständlich schaffen würden, von hier aus etwas auf dem Cricketplatz zu sabotieren. Fressneid. Ja, Ingrid. Dem Blick fühle ich. Oh. 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 Warum immer ich? Egal was ich anfasse. Es geht kaputt. Nun komm schon, Tori, der Wettbewerb findet erst morgen statt. Bis dahin fällt uns noch was ein. Ach, wozu denn? Irgendjemand macht es ja doch wieder kaputt. Ich geb's einfach auf. Das machst du auf keinen Fall. Hat Vampirita etwa aufgegeben, als Solfram die Erde vergolden wollte, nur damit sie zu seiner Rüstung passt? Mach, was Vampirita auch machen würde. Ich flehe dich an. Los, Kind bis zum bitteren Ende. Mach ein Schnäuzerchen. Vielen Dank, Danny. Was ist passiert? Das... Es war Toris nächster Versuch, den Wettbewerb Wer ist der treuste Fan zu gewinnen. Jemand hat die Ankerleine durchgeschnitten. Das ist ungefähr drei Minuten her. Der ist auch wahr. Er muss in der Nähe sein. Da! Man, ich liebe diese Musik. Einfach nur Ehre, wenn irgendwer von euch es schafft, rauszufinden, wo ich den Fillmore Soundtrack herkriege. Du kriegst den auf YouTube nirgendwo. Der ist nirgendwo hochgeladen. Ich hätte so gern diese Hintergrundmusik von Fillmore für meine Videos. Alter, das ist so nice, man. Immer vor allem diese Pads, diese Flächen, immer wenn die so nachdenken und die Verdächtigen verhören und so. Und dann immer diese E-Gitarren, wenn Fillmore einen raushaut. Und übrigens, Baby, das Hühnchen war staubtrocken. Und dann die E-Gitarren... Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Total staubtrocken. Mann, das wäre voll nice, ey. Schluss mit lustig. Der hat gesessen. Freunde, wer ist es? Also auf jeden Fall ist das schon mal nicht der Täter der Folge. Wir glauben, das wäre der Täter, aber im dritten Akt stellt sich raus, der ist nicht der Täter. Aber was glaubt ihr, wer ist das jetzt erstmal? Jesper sagt, der Mann. Ah, der Gläser. Okay, interessant. Danny. Nee, Danny stand doch grad daneben. Das Rich Kid. Okay, okay. Aber kann doch gar nicht sein, das Rich Kid war doch in der Mensa, während der Vollfall passiert ist. Hm, okay. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, wer sich darunter versteckt. Immer dieses Scooby-Doo-Feeling. Professor XY? Trace. Hat keiner geschrieben. Es hat keiner in den Chat geschrieben, das Mädel mit den blauen Haaren oder mit den Perücken, whatever. Dritter Akt. Ein Fan zu viel. Ich hab die Ankerleine nicht durchtrennt, das schwöre ich. Und wozu braucht man sowas? Zum Haareschneiden? Na schön, ich wollte die Leine kappen. Oha, leak ihre echten Haare. Aber mir ist leider jemand zuvor gekommen. Tut mir leid. Das war in deiner Tasche. Was ist das? Das war in dem... Genau das meine ich. Die Musik, die jetzt gerade läuft. Sowas hätte ich voll gerne für meine Videos, ey. Buch drin, das mit TQ ausgeliehen hat. Warte, ich hab ihr jetzt nicht zugehört. Jetzt war ich auf die Musik fixiert. Warte, lass mich kurz zuhören. Was sagt sie denn? War in deiner Tasche. Was ist das? Das war in dem Buch drin, das mit TQ ausgeliehen hatte. Jetzt mal ehrlich. Wie kann man sich so einen Müll durchlesen und es auch noch behalten? Oh. Was behalten, Trace? Das hier, das ist eine Seite aus so nem Vampirita-Buch. Der Typ ist ein Überläufer. Das darf doch alles nicht wahr sein. Verräter, Verräter, Verräter! Denkst du, dass sie lügt? Ich weiß es nicht. Sie war schon ziemlich aufgebracht darüber, dass sie die Leinen nicht gekappt hat. Ich befürchte, dass TQ da mit drin hängt. Trace und TQ arbeiten Hand in Hand, um zu verhindern, dass Tori und Terry den Fan-Weltbewerb gewinnen. Wie kindisch. Das Buch aus der Bücherei, die komische weiße Perücke, jede Spur führt zu den beiden. Tut mir leid, aber die Perücke ist das Kunsthaar. Haut leider nicht hin. Was machen wir jetzt? Tori und Terry werden sicher noch einen Versuch starten, den Wettbewerb zu gewinnen. Die Endausscheidung findet in einer knappen Stunde in der Kleinbücherei des Horrors statt. Ich würde sagen, nichts wie hin. Mh-mh, noch nicht. Officers, wollt ihr mich etwas schon wieder festnehmen? Wir wollen nur reden. Ein Schlückchen Räubusch? Ähm... Als ob der sogar so zu Hause auch sitzt. Wir sind im Dienst. Das ist nur Tee. Er hilft bei aufgestauten Aggressionen. Trink nur. Trace sagt, sie hätte das in einem deiner Bücher gefunden. Was zum Teufel machst du mit einer Seite aus einem Vampiriter-Roman? Das ist nicht aus einem Roman. Es stammt aus einer Vorabveröffentlichung. Das ist ein Frühdruck eines unveröffentlichten Buches, das an Kritiker verschickt wird. Und warum in Rot? Was ist das für eine Frage, damit man es nicht kopiert? Oder im Internet verkauft? Es ist schwer daran zu kommen, aber für einen richtigen Fan ist so gut wie nichts unmöglich. Du bist ein... Das ist rot, damit man es nicht im Internet verkauft. Aber wenn man ein richtiger Fan ist, kommt man da dran. Aber wie denn? Richtiger Fan? Bist du jetzt völlig wahnsinnig? Ich verabscheue diese Vampiriter. Hier, dieser neue Roman ist unter aller Kanone. Ja, selbst für Vampiriter-Verhältnisse. Obwohl, ein kleines Kompliment muss man der Autorin machen. Wenn man den Roman durch hat, ist man quasi blutleer. Wenn du eigentlich kein Fan bist, wie hast du das Buch gekriegt? Räubus schmeckt teilweise ziemlich bitter. Ich hab auch Honig, falls ihr welchen möchtet. Weißt du, was ich denke? Auf jeden Fall auf die Frage eingegangen, Kappa. Du weißt ganz genau, wer es war. Willst du es mir sagen? Oder willst du, dass ich dich wegen Mittäterschaft verhafte? Sag schon, TQ. Außergewöhnliche Puppen, diese Menschenfresser. Die Augen, die Haut, das Haar. Verdammt realistisch. Wo Tori ist, ist auch Terry. Sie liebt scheußliche Kreaturen, die aus Gummi und Haaren bestehen. So eine Art Menschenfresser. Ja, aber als ob er sie jetzt als Täterin liegt. Das kann doch nicht wahr sein. Er ist auf jeden Fall der Bad Guy und zieht so die ganzen Fäden hinter den Kulissen. Auf jeden. Puppen. Soweit ich das hier beurteilen kann, ist das echtes Haar. Terry hat mir die Bücher geschenkt. Ihr Cousin arbeitet beim Verlag und deswegen kriegt sie sie gratis. Na schön, ich wollte die Leine kappen, aber mir ist leider jemand zuvor gekommen. Tut mir leid. Wir müssen zur kleinen Bücherei des... Das waren gerade so ungefähr 20 Hunde, die gerade fighten. BCF. Aber so kleine Tölen, weißt du? So kleine Ratten. Interessant. Oh, gut. Thoros. Ich habe es verdient, den Wettbewerb zu gewinnen, weil ich tief in meinem Innersten auch eingeschöpft der Finsternis bin. Wie lange muss ich diesen Quatsch noch ertragen? Das ist eine PR-Aktion, die auch in ihrem Vertrag steht. Also bleiben sie locker und immer lächeln. So, genug gelächelt. Auf einmal schwebt sie durch den Kosmos. Ein heller Fixstern am Firmament. Hilfe, mein Helm beschlägt. Wahrscheinlich trägst du das Kostüm gerade zum ersten Mal und merkst jetzt erst, dass der Helm beschlägt, wenn man die Klappe zumacht. Locker, Torrey. Du siehst klasse aus. Danke. Ups. Terry braucht ihr Zeichen, damit sie den Nebel einschaltet. Nummer zwei und... Sass. 40. Ich bin an der Reihe. Terry, wir müssen dich mitnehmen. Moment, was ist hier los? Ja, so funktionieren Nebelmaschinen. Es ist vorbei, Terry. Wie er so ultimativ badass aus dem Nebel kommt. Warte, Terry ist der Saboteur? Aber warum sollte sie sowas tun? Damit zerstört sie doch die Chance durch eine Rolle in ihrem Lieblingsroman unsterblich zu werden. Es ist gar nicht ihr Lieblingsroman. Nicht mehr. Terry hat durch ihren Cousin, der beim Verlag arbeitet, schon mal ein paar Auszüge aus dem neuen Vampirita Roman lesen können. Und die waren grotten schlecht. Das allein war schon eine riesen Enttäuschung. Aber sie hatte noch ein viel größeres Problem. Es war so gut wie klar, dass Tori und sie den Wettbewerb für den tollsten Fan gewinnen würden. Ja, natürlich sitzt sie da. Natürlich. Magic Ich, was ist denn los bei dir? Das gibt jetzt einen Timeout. Was soll denn der Spam? Lass mal. Das war ihr großer Traum. Aber das hätte auch bedeutet, dass sie in diesem grottenschlechten Roman vorkommen würde. Und zwar für immer. Also tat sie alles, um das zu verhindern. Sie schmolz Vampirita ein und verwandelte sie in Citizen Fang. Danach schmiss sie den Vorabdruck in den Reißwolf. Aber eine Seite hat sie leider übersehen. Und ausgerechnet die hat jemand gefunden. Er steht so im Nebel. Dann ist er erstmal nur eine Silhouette, ja? Jetzt ist er erstmal nur eine Silhouette. Niemand erkennt, wer er ist. Und jetzt kommt er ins Bild und es läuft so Asia-Musik. So als wäre er so der krasse Sensei. Genau, er wartet auf sein Stichwort und kommt dann zum Vorschein. Achtung. Du hattest mir doch versprochen, nichts zu verraten. Du weißt, dass ich meine Versprechen halte. Ich hab nichts verraten. Officer Fillmore ist dir von ganz allein auf die Schliche gekommen. Und ich muss sagen, er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Du hast es... Auch er hat den entscheidenden Hinweis gegeben, damit Fillmore darauf gekommen ist? Hä? Die ganze Zeit gewusst? Ja. Ich bin an jenem Tag zufällig an der Metall-AG vorbeigekommen. Rein zufällig. Nur zu dem Zeitpunkt, als Terry ihr Ding durchzog. Eigentlich wollte ich sie verpfeifen. Aber dann sah ich ihr trauriges Gesicht. Aber das erklärt immer noch nicht, wie das weiße Haar da jetzt reingekommen ist. Und fühlte ihren Schmerz. Ich wusste, wie es ihr ging. Auch ich hatte eine große Enttäuschung hinter mir. Das ist jetzt bereits mein vierter Fan-Wettbewerb. Und ich weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn dein Idol deine Bemühungen nicht belohnt. Aber ich hab gelernt, damit umzugehen. Ich trinke Reubusch und lese das eine oder andere Selbsthilfe-Buch. Du hast Terry das Buch gegeben, um mir zu helfen. Ganz genau. Aber nun muss ich es wieder an mich nehmen. Ich bin Marvel-Fan, ja? Jetzt geh ich ins Kino, guck Captain Marvel. Der Film gefällt mir nicht. Und jetzt brauch ich so die sieben Stufen der Trauer-Buch, um meine Trauer zu überwinden. Das Haar ist von einer Menschenfresser-Puppe. Ja, aber wie kommt das da denn hin? Hatte sie das in ihrer Hand, während sie da am Schmelzen war? Oder warum sollte das von ihrer Puppe da dran kommen? Es ist schon seit vier Monaten überfällig. Ich wollte dich warnen, Tori. Aber ich... Und warum hat er seinen Eintrag dann gelöscht aus der Datenbank? Das ist seit vier Monaten überfällig. Aber warum löscht er dann den Eintrag einfach? Damit er die Schulden nicht bezahlen muss, oder was? Ich hatte meinem Cousin versprochen, keinem zu verraten, dass ich schon was gelesen hab. Also dachte ich, ich schmelze die Statue ein und alles ist gut. Aber du hast nicht aufgegeben. Du hast an dem Ballon gebastelt und ich musste sehen, wie ich ihn wieder loswerde. Du glaubst gar nicht, wie leid mir das alles tut. Ist schon gut, ich verzeih dir. Mal ehrlich, ist das Buch wirklich so grottenschlecht? Total! Mal ganz abgesehen von der Grammatik und den ganzen Rechtschreibfehlern, erzählt die blöde Vampirita dem goldenen Säufram plötzlich von der geheimen Mubrischen Armee. Was? Ist die völlig wahnsinnig geworden? Dem Fiesling darf man doch nichts erzählen. Seit dem ersten Teil sind die beiden verfeindet. Tja, jetzt nicht mehr. Wisst ihr noch, wie wir letztens im Stream auf TikToks reagiert haben und da kam der Nebencharakter und meinte, Ey man, ich bin's, dein bester Kumpel seit 13 Jahren, der in seiner Kindheit leider einen Unfall hatte. Erinnert ihr euch noch daran? Genau das hat sie gerade gemacht. Warum sollte sie das denn laut sagen? Das ergibt gar keinen Sinn. Einfach nur, damit wir verstehen, warum das was Schlimmes ist. So dumm einfach. Jetzt wollte ich das Buch ja gar nicht mehr lesen. Ja, genau. Ganz im Gegenteil. Sie sind ein Pärchen. Nein! Sag ich doch, das ist ein Fahrrad von kosmischen Ausmaßen, so wahr ich hier stehe. Star Wars Fans bei Episode 7 bis 9. Also schön, dieses Mädchen hier hat den ersten Preis als treister Fan verdient. Nur eine völlig durchgeknallte kann sich so extrem verhalten, oder? Ganz ruhig. Das ist doch nur ein Buch. Ich hab's auf dem Flug nach Mailand geschrieben. Wenn die Kathleen Kennedy, Disney-CEO-Tante, versucht zu rechtfertigen, den ganzen Hate auf Star Wars 8 und 9, sind doch nur Filme. Dafür ist es doch ganz gut. Was? Nur ein Buch? Wirklich zu schade, dass einige Leute ihre eigenen Romanfiguren nicht kennen. Sonst hätten sie nämlich gewusst, dass aus Feinden niemals Pärchen werden. Einige Leute behaupten vielleicht, das hier wäre alles nur passiert, weil Terry ihrem Cousin versprochen hat, mir nichts von dem Buch zu erzählen. Oder weil TQ versprochen hat, Terry nicht zu verraten. Aber ich behaupte, dass es passiert, weil sie ihr Versprechen nicht gehalten haben, ihren Fans gegenüber. Ja, dafür sollte ein Buch stehen. Als Versprechen. Versuchen sie es beim nächsten Mal zu halten. Guter Vortrag, Tori. Wo kommt die ganze Zeit dieser Nebel her? Als ob die Nebelmaschine die ganze Zeit noch Nebel produziert. Das wird man doch hören. Das wird doch die ganze Zeit Psssss machen. Nebelmaschinen sind saumäßig laut. Weißt du, das grandiose Fanta Festival 4 gastiert diese Woche in der Stadt. Unser Club wollte einen Bus mieten, aber wir kriegen ihn nur halb voll. Wir könnten ja was zusammen organisieren. Ich glaube, das haben wir bereits getan. Connection. Klasse. Das Kapitel hätten wir abgeschlossen. Schade. Nicht ganz. Okay, das ist neu. Das ist wirklich, wirklich neu. Das gab es bei Filmau noch nie, dass so ein Nebenbösewicht, der am Anfang der Folge verfolgt wird, und am Ende dann wieder auftaucht. Ich habe erst den achten Band gelesen. Ihr könnt mich doch nicht einfach Witten drin rausreißen. Deine Tage als Lunchpaketdieb sind gezählt. Ab jetzt musst du dich dafür verantworten. Filmau, ich habe ja eine Rechnung über 56 zerfledderte Monsterromane und so einen dämlichen Pappzombie. Bleib ganz locker, Vallejo. Einer aus der Schauspiel AG hat angeboten aufzutreten und mit den Einnahmen den entstandenen Schaden zu ersetzen. Filmau, wo bist du? Hier hat jemand eine 3 Meter lange Leiter geklaut und ist auf dem Weg in die Keramik AG. Was? Keramik AG? Eine 3 Meter lange Leiter? Schon unterwegs. Ich würde gern noch plauschen, aber die Pflicht ruft. Warte kurz, Filmau. Du machst dir immer viel zu viele Sorgen, Vallejo. Wenn ich wieder da bin, koche ich uns beiden einen leckeren kleinen Entspannungstee. Filmau! Lasst das! Oha! Inegal gestreamt auf Burning Serious. Ja Freunde, das war die heutige Filmau-Folge. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und damit war's das dann auch für heute. Und nicht nur von Filmau, sondern auch von diesem Stream. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Matti. Und wir sehen uns in den Videos am Wochenende und ansonsten geht's Montag hier live wieder weiter. Bis dann und tschüss. I am not the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's good and fair. I just wanna love you babe. You got me round your finger. Woahhhh. Hohohohohoho!